Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 426 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir entwickeln neue Konzepte mit künstlicher Intelligenz für die Automobilindustrie. Wir entwickeln neue Konzepte mit künstlicher Intelligenz für die Automobilindustrie. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ich habe eine Idee, wie wir schneller zum Ziel kommen. Ramon ist begeistert. Ich habe eine Idee, wie wir schneller zum Ziel kommen. Ramon ist begeistert. Ich habe eine Idee, wie wir schneller zum Ziel kommen. Ramon ist begeistert. Wir verändern den Plan an mehreren Punkten. Silvia hatte dazu einen guten Vorschlag. Ich werde mir den Plan noch einmal ansehen und dann mit dem Team besprechen. Ich werde mir den Plan noch einmal ansehen und dann mit dem Team besprechen. Danach treffen wir eine Entscheidung. Ich werde mir den Plan noch einmal ansehen und dann mit dem Team besprechen. Danach treffen wir eine Entscheidung. Über Sekt denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Über Sekt denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. Ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, aber wir haben keine Ladestation in der Nähe. Das Aufladen über eine Kabeltrommel ist nicht möglich. Ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, aber wir haben keine Ladestation in der Nähe. Ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, aber wir haben keine Ladestation in der Nähe. Das Aufladen über eine Kabeltrommel ist nicht möglich. Ich fühle mich beim Klettern nicht besonders wohl. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Ich habe hier schon wieder drei Mahnungen. Warum hast du die Rechnungen nicht bezahlt? Ich habe hier schon wieder drei Mahnungen. Warum hast du die Rechnungen nicht bezahlt? Ich habe hier schon wieder drei Mahnungen. Warum hast du die Rechnungen nicht bezahlt? Wir müssen schnell an Land gehen. Wir müssen schnell an Land gehen. Vor uns ist ein Wasserfall. Ich habe gerade einen Kuchen gebacken. Wird er für sechs Personen reichen? Bitte verrate niemandem, dass ich hier bin. Bitte verrate niemandem, dass ich hier bin. Ich möchte meine Ruhe haben. Bitte verrate niemandem, dass ich hier bin. Ich möchte meine Ruhe haben. Warum ist das hier abgesperrt? Ich möchte schwimmen gehen. Warum ist das hier abgesperrt? Ich möchte schwimmen gehen. Ich kann es nicht glauben. Wir haben 2000 Euro Schulden. Wir haben 2000 Euro Schulden. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Wir waren im Zoo. Dort haben wir im Aquarium eine Schildkröte gesehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.